Wenn du dich befreit, kannst du mir denn versprechen, dass du mein Herz nie brichst? Denn sie fragte das zweimal, weil es wichtig ist. Ich gebe dir mein Wort darauf, ich bin da, wenn du nachts die Augen schließt. Und wenn du dich in deinen Träumen manchmal einsam fühlst. Und wenn der Tag die Nacht verdrängt und du in meinen Armen liegst und mit leiser Stimme sagst, ich hab dich lieb. Schau mir tief in die Augen und dann wirst du verstehen. Dass auf all deine Fragen eine Antwort da steht. Denn auch ich kenn die Nächte, hab doch auch mal verloren. Darum will ich dir zeigen, dass wir zusammen gehören. Ich gebe dir mein Wort darauf, ich bin da, wenn du nachts die Augen schließt. Und wenn du dich in deinen Träumen manchmal einsam fühlst. Und wenn der Tag die Nacht verdrängt und du in meinen Armen liegst und mit leiser Stimme sagst, ich hab dich lieb. Ich gebe dir mein Wort darauf, ich bin da, wenn du nachts die Augen schließt. Und wenn du dich in deinen Träumen manchmal einsam fühlst. Und wenn der Tag die Nacht verdrängt und du in meinen Armen liegst und mit leiser Stimme sagst, ich hab dich lieb. Olaf Malolewski von der Flippers, hat das mit den Flippers gesungen. Gib mir dein Wort, hat er uns da gesungen auf Franz Bleuelsas. 10 nach 9. Da sind wir, wir sind gerade meinen, wenn er uns zu tun hat, wir sind im Garten. Wir haben da schöne Pflanzen und schöne Blümeln, wie er uns mitgebracht hat. Stefan Schwarz von der Artikultur Schwarz in Geuderte. Und da haben wir uns verschiedene Sorten gebracht. Zum Beispiel die Blüe, was sind denn das schon einmal die Blüe? Kann man es ein bisschen zeigen? Ja. Ein bisschen lieb, was man so sieht, ja. Da habe ich eine spezielle Sorten Pansäge gebracht. Die sind richtig für den Chardiniere oder für den Kuppensetzen, die ein bisschen Raub kriegen. Die sind richtig gemacht für die Themen, also die Leute können die Balkonsere, Chardiniere oder im Hof, wenn sie auch alte Kugel haben. Du könntest sie nicht setzen und die kriegen ein bisschen Raub über Winter. Voilà, die haben wir jetzt gut, momentan mit dem Wetterfisch, der Wetter und ein bisschen frisch, gell. Die sind winterfest, die frieren nicht und die blähen noch wieder bis im Mai, bis noch wieder das Geranium kommt. Pansäge, wenn wir zu Konsäve machen, wir haben noch eine Riserode, die sind? Ja, die sind, da habe ich meine Siklamäne gebraucht, die sind eine Pflanze, die haben bis wann es eine Frust gibt, die haben auch in Geud, das sind meine Siklamäne. Das sind so kleine Blümeln und das hält auch in Geud. Und dann habe ich noch ziemlich andere Dinge gebraucht, so wie Echera, die sind Pflanze, wie nur Bläder machen. Aber, und die chanchieren mit dem Wetter, wenn es mild kälter wird, werden Bläder ein bisschen roter oder ein bisschen gräner. Sput durch Farbe wird rausgekommen. Sput durch Farbe wird rausgekommen. Und da habe ich noch etwas wie den ganzen Winter chanchiert. Da habe ich immer ein bisschen etwas anderes mit der Seilpflanze. Also man kann ein bisschen mischen zwischen Pflanze mit Blümeln und ohne Blümeln, gell. Es gibt auch etwas schön, so wie hier, den Dellenkorb, wie er uns gebraucht hat. Da habe ich jetzt auch den gebraucht, eine Mischung, da haben wir noch Gräser mit innen können machen. Dann haben wir Gräser von allen Farben, Blüe, dann haben wir Cuivre, so goldisch, dann haben wir eine Brün-Chocolat-Forb und da haben wir eine schöne Mischung. Nicht zum Essen, aber zum Pflanzen. Und es gibt noch ein paar Blümeln, da sind sie noch nicht ganz offen, gell, aber sie werden... Da habe ich noch ein Pomponettel gebraucht, das ist wie eine Chrysanthemum, das können wir auch in den Schatten machen, das halb bis minus zwei, minus drei. Und dann können wir es mischen mit den anderen Pflanzen, als wenn das noch auch fertig ist, als der Rest noch auch zuwächst. Und das alles kann man momentan pflanzen und Nüs machen, gell, das hätte ich nicht gewohnt. Das können wir alles nüs machen und das ist alles winterfest. Im Winter trüsen alle mit Schnee und so, oder? Macht gar nichts. Gar nichts. Das hebt alles, die Pflanzen, die haben wir alle für den ganzen Winter. Und momentan, was kann man machen im Garten? Im Garten lässt man noch Knebeli, kann man ist momentan für Knebeli setzen. Und dann kann man, momentan setzt man, der Rest setzt man nichts mehr, aber man kann schon Tulipen kann man auch schon stecken. Das heißt, das muss alles überwinter im Grund sind, dass im Frühjahr bläht. Also denken wir ein bissl dran und das alles kann man bei euch auch finden, kann man Karnchen bei euch finden? Ja, Tulipen, Knebeli haben wir keine, aber was Tulipen ist, nach Saisersachsen, da verkaufen wir alles. Und der große Fehler, wie die Leute alles machen, wenn Tulipen weg sind, rissen sie es weg, aber es ist so der Zewelpolde, gell? Nein, Zewelpolde, zwar nutzt man sie drin, dann müssen wir nur aufpassen, wann man noch riert oder wann man umstarrt, oder macht man sie raus, wann sie gut durch sind und dann kann man sie aufheben, wenn sie im Spout schon wieder setzen. Und wie machen ihr es? Machen ihr es mehr so Permakultur oder in ihre Artikultur? Wie benutzen ihr, dass das alles so schön pflanzt? Ist es Dessert, wie das alles macht? Nein, die Pflanzen, wie wir im Spout schon machen, haben viele Worte, Tüsen gepflanzt und wir haben, wir, äh, das sind alles Pflanzen, wie wir ganz klein aufziehen, bis am Abend, das sind Pflanzen, wie wir schon im Mai und im Juni, wie wir schon pflanzen, für jährlich im September. Ich glaube, ihr restet jetzt schon an der Bäm, gell? Wir sind schon am Zeichen, wir machen schon Etikettchen dran, für sehen, was wir heuen wollen und was wir nicht heuen wollen. Und schon die ersten Geraniums sind schon gekommen bei uns. Elsa Geranium? Elsa Geranium. Ah ja, und die werden wir uns auch ein bisschen vorstellen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsa. Wir sind mit dem Stefan Schwarz von Gäuderte. Gäuderte, das ist nicht zu weit von berühmt, gell? Das ist zwischen berühmt und hart. Voilà, da sind wir heute Morgen von der Pflanzenrede, den wir warten, ab der 10 Uhr warten wir auf Eich, am Parkexpo von Milusen, für Fully Flore. Da wird Stefan Schwarz auch dort sehen am nächsten Wochenende, da wird uns alles dort drüber sehen, denn es ist ein Rendezvous, wir werden nicht verablen, ab heute warten wir auf Eich dort, bis am 10 Uhr, bis am 1 Uhr, mit der Simon Morgendoller und mit dem Pierre Nuss und auch gleich auf franzbleuelsos.fr. Mit Nander und mit dem Jonathan ist noch Schäden auf franzbleuelsos. Franzbleuelsos Franzbleuelsos Ani, Ichkaet, Je t'aime, etc. Sochen Siegtert, Julien Clerc, au Franzbleuelsos, Fiertel Nornin. Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi, comme un flot. Mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. La 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 Mon amour, je sais c'est un peu lourd Mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace Tu te lasses Mon amour, tu sais ça chante en moi Comme un oiseau qui me tonitruc Il fait beau près de toi Je t'aime, etc. Je t'aime, je t'aime, etc. Je t'aime, je t'aime, etc. Mais bonjour, mon Dieu qu'il passe vite Et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte Ton départ, mon amour Je ne pourrais plus le dire S'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire Et qu'un jour On s'aime, etc. La, 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 la Du musst du fuhr, aber mein Lieber, prene soin de nos souvenirs, n'oublie pas. N'oublie pas. Je t'aime, je t'aime, etc. Je t'aime, je t'aime, etc. Je t'aime, etc. ... 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 Muss man trotz dem Wasser geben, wenn man angesteht, ja, es wird frieren. Für frieren muss man Wasser haben, und wenn man nicht genug Wasser ist, nimmt es frieren alles Wasser aus und dann gehen die Pflanzen hin, wie sie es zurückgetan haben. Also denken dran, gehen doch Wasser in den Winter. Wo Ihr Anführer von einer Pflanze, wie Ari und Elsasskir, das ist Geronien, gell? Die Elsassgeronien, die produzieren ja auch? Die machen wir schon alle selber, da haben wir ja schon die ersten Mödenpflanzen reinget. Und da schneiden wir ja noch die Butüren davon, das sind schon für das nächste Jahr. Und die Farben dieses Jahr, wäre es rot, trotz dem Sinne, aber Tendance, wie geht's dieses Jahr? Tendance, das ist ziemlich natürlich, das sind normale Farben, wie wieder ziemlich russ gekommen. Das ist richtig alles mehr, das ist richtig natürliche Farben, das ist rot, rosa und violett. Und die kann man also bei euch finden. Wir können nicht treffen in Milieu, wie wir heute sind im Parkexpo ab den 10. für die direkte Sendung am Morgen, aber Ihr werdet euch sehen am nächsten Wochenende? Am 14. oder 15. sind wir da, da haben einen schönen Stand und da zeigen wir, was wir pflanzen können im Winter. Da sagen wir, was Bläderpflanzen sind und Kramine und andere Dings noch. Aber richtig pflanzen für den Winter, wie wir in Schalen können setzen, oder wie wir an uns setzen, wie immer bleiben. Und die wollen nicht auf Milieu gehen, die gehen ja auch zuerst in Geuderte. Das ist also nicht weit von Brüm, zwischen Herz und Brüm. Wann sind Sie noch offen? Wir sind ganz hoch offen, vom Mändi bis am Sonntag. Alle Dähe vom 9 bis Mittag, 2 bis 6. Und am Sonntag vom 10 bis Mittag. Ja, wenn Ihr euch ja noch. Sonntag Mittag. So wird's. Langt das? Ja, es langt schon. Und in Richten, wie gesagt, schon Weihnachten, die ganze Donnebäme. Wir sind schon dran. Wir sind richtig spezialisiert in Dekorationen für die Stadt Straussbohrin. Wir machen den ganzen Korridor. Und da sind wir schon im Wald für die Beeren gezeichnet, wie wir noch Haare spritzen. Und Donnebäme, die waren schon alle gezeichnet. Und wir sind schon am Richten, aus dem 2. November nach der Allerheilchen gibt's bei uns Weihnachten schon los. Aber da werden wir uns inladen, für den Funzenverzählen wieder auf Franz Bleu Elsass. Merci vielmals Stefan Schwarz, dass Sie zu uns gekommen sind. Merci für die schönen Pflanzen, wie Ihr uns heute gebraucht habt. Die Sendung kommen wir wieder auf franzbleuelsass.fr. Kann man euch auf Facebook anfinden? Wir haben uns seit Facebook, ja. Fleur Schwarz. Aber das werden wir wieder schauen auf unserem Facebook. Und wenn Ihr alle wieder die Sendung noch einmal hören wollen, ganz einfach franzbleuelsass.fr. Schöner, Stefan. Merci vielmals. Mit Nander und mit dem Jonathan ist noch Schöner auf Franz Bleu Elsass. Schöner, Stefan. Schöner, Stefan. Ich bin predictions. Schöner, Stefan. Ich bin ehrlich an, dass wir etwas nicht mehr machen können. Ich bin noch gerade bei ErUSSens mit der Stärken. Ich bin ein längst trocken. Ich bin ein cooling-19er Brot. Wir haben noch etwas über den Tätten. Es war das in der Tätten waren. Die Schöner und die Schönerung starten. Musik 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 Franz Bleu Franz Bleu, il s'asse J'suis resté qu'un enfant J'aurais grandi trop vite Dans un monde en super plastique J'veux retrouver maman Qu'elle me raconte des histoires De jet et de tartan De princesse et de cervelons J'ai du soleil dans ma mémoire J'ai du soleil J'ai du soleil J'ai du soleil J'ai du soleil J'veux traverser les océans Devenir Montécristo Au clair de lune Échapper la citadelle J'veux devenir roi Les marécages Sortir de ma cage Un Père Noël Un Père Noël On s'endrions Dans des escarpins J'ai du soleil J'ai du soleil J'ai du soleil J'ai du soleil J'veux faire danser maman Au son clair des grillons J'veux retrouver mon sourire D'enfant perdu dans l'tourbillon Dans l'tourbillon de la vie Ce qui fait que l'on oublie Que l'on est resté démons Bien au fond de nos abris J'ai du soleil J'ai du soleil J'ai du soleil J'ai du soleil L'ingue du soleil J'suis resté qu'un enfant Corée grandit Trop vite Dans un monde en super plastique J'veux retrouver maman J'aime raconter des histoires De Jay et de Tazan De princesse et de Cervo L'ingue du soleil Dans ma mémoire J'ai du soleil 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 Oh là, oh là, oh là J'ai du soleil I wird pflanz'n Fumilsauce, aber zuerst machen wir noch einen drauf mit dem Steffen Mroos. Ja, er wird auch da sein in Havenau am Grand Gala de la Volksmusik und er moderiert die Sendung immer wieder sonntags. Aha, ihr lacht's? Ja, ihr kennt es, gell? Jeden Sonntag freue ich mich darüber, dass wir uns im Ersten wiedersehen. Doch es wär mir wirklich noch viel lieber, wird die Zeit nicht gar so schnell vergehen. Immer wieder Sonntag und schnell mal mal Spaß.